Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute möchte ich mit euch über das neue Gegenstandsmacht-System reden. Ich hatte in einem meiner Patch-Videos gesagt, oh, das überspringen wir einfach, das ist nicht so wichtig, aber man, hab ich mich da getäuscht. Das Gegenstandsmacht-Thema ist so unfassbar wichtig und das müsst ihr unbedingt beachten, wenn ihr dann in Season 6 rein startet, weil da hat sich sehr, sehr viel geändert. Wir erinnern uns zurück, wenn die Gegner über Level 100 waren, haben alle Gegner 925 Gegenstandsmacht-Items fallen gelassen und grundsätzlich war es so, dass man eigentlich immer mit 925 Gegenstandsmacht rumgelaufen ist. Das gibt es jetzt nicht mehr. Die maximale Gegenstandsmacht ist jetzt 800 bzw. 750. Und das ist meiner Meinung nach auch ein sehr großes Problem, was ihr erfahren werdet, weil durch die verschiedenen Weltstufen bzw. Schwierigkeiten kriegt ihr ja immer eine höhere Chance, vermachte Items zu bekommen. Aber vermachte Items sind nicht mehr vermachte Items, wie ihr das früher kennt. Man hat den Namen zwar gereused, aber eigentlich sind alle Items normale Items und alle Items mit einem Greater Affix sind vermacht. Das ist also so eine Doppeldeutigkeit. Man könnte auch einfach sagen, Items ohne Greater Affix und Items mit Greater Affix. Ich rede jetzt hier nur natürlich vom Endgame. Das kann im Earlygame alles noch ein bisschen verwurschtelter sein, aber im Endgame ist es so, dass alle normalen Items 750 Gegenstandsmacht haben und alle Items mit einem Greater Affix haben 800 Gegenstandsmacht. Bedeutet, wenn ihr später ein Build baut, dann wollt ihr eigentlich immer Items haben mit Greater Affix, um die maximale Gegenstandsmacht zu haben. Das heißt, alle Items ohne Greater Affix sind per se schon mal sehr viel schlechter, als es in der Season davor war bzw. jetzt gerade wie es in Season 5 ist. Dazu kommt noch eine Sache und die ist glaube ich noch sehr viel schlimmer. Ihr könnt Items ohne Greater Affix nur viermal vollenden und ein einziges Mal härten. Ich habe hier zum Beispiel eine 750 Gegenstandsmacht. Da seht ihr, ich kann nur einen Härtungsgrad drauf machen und bei dem Greater Affix kann ich einmal hier den Greater Affix machen und hier den Greater Affix machen. Greater Affix, die Härtung machen. Das heißt, jedes Item, was kein Greater Affix hat, hat einmal den Nachteil, dass es nur einmal gehärtet werden kann und 50 Gegenstandsmacht weniger hat. Das macht natürlich wieder ein bisschen Schaden aus, ein bisschen Rüstung aus, ein bisschen Affix aus. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was das Schlimmste oder wichtigste von allem ist. Ihr könnt ein normales Greater Affix Item ganz normal zwölfmal vollenden. Das kennt ihr. Achtmal, okay jetzt fehlen mir ein paar Obduzite, aber hier könnt ihr das zwölfmal vollenden. Aber wenn ich jetzt hier den nehme, könnt ihr den nur viermal vollenden. Das seht ihr oben links. Vier von vier. Bedeutet, alle Items, das gilt auch für Unix, es gibt auch Unix, die kein Greater Affix haben. Alle Unix und alle legendären Items und alle Items überhaupt, die ihr findet, die nicht ein Greater Affix und damit vermacht sind, sind im Prinzip Useless und die neuen gelben Items. Dazu kommt aber noch, es gibt immer noch gelbe Items. Ihr erinnert euch zurück, es gab eine Änderung in Season 4 mit dem Itemization, dass gelbe Items useless geworden sind und nur noch legendäre Items, das heißt braune Items, wichtig waren, beziehungsweise interessant waren, weil braune Items drei Affixe hatten und gelbe Items hatten nur zwei Affixe. Und jetzt ist es so, dass die braunen Items, die normalen braunen, legendären Items, die neuen gelben Items sind und überhaupt gar nicht genutzt werden können. Zumindest mal nicht, wenn man vorhat, ein Endgame-Bild zu bauen, wie ich ihn hier gerade habe, um damit den Pit zu spielen, Endbosse zu machen und und und. Also ist man da gezwungen, gezwungen, alle Slots mit Greater Affix-Items zu befüllen. Und was ich auch schlimm finde, ist, dass es gerade in Season 4 zum Beispiel der Fall war. Ich erinnere mich zurück an Hosen, an normale Handschuhe, an normale Amulette ohne Greater Affix, wo Ränge zu Herzsucher drauf waren, Ränge zu Heap, Ränge zu irgendwelchen Passives. Dass wir gerade diese Season mit dem neuen Uber-Unique hier, ein Passiv zu allem, sehr, sehr wichtig sein wird, ein Amulett mit Rängen vielleicht zu passiven Fertigkeiten zu haben. Vor allem, weil es ja auch 5 neue gibt auf jedem Charakter. Und das bedeutet, ein Amulett, wo ihr vielleicht 2 Ränge, 2 Ränge, 2 Ränge habt, ohne Greater Affix, ist per se unfassbar viel schlechter als ein anderes Amulett mit Greater Affix. Einfach, weil ihr es nur 4 mal verhindern könnt, nur einmal härten könnt und weil es weniger Gegenstandsmacht hat. Uber-Unix, da kann ich euch beruhigen, Uber-Unix fallen ja immer mit einem Greater Affix, das heißt, bei Uber-Unix haben wir niemals das Problem, dass es vielleicht nur 750 Gegenstandsmacht hat und nur 4 mal verhindert werden kann. Uber-Unix werden immer mindestens ein Greater Affix haben und damit auch 800 Gegenstandsmacht. Aber wie gesagt, alle anderen Unix und alle anderen Items eben nicht. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, auch wenn hier zwar gesagt wird, Gegenstände der Ahnen haben eine deutlich erhöhte Chance, fallen gelassen zu werden, merkt man diese Chance sehr, sehr wenig. Das kann sich natürlich aus dem PTR noch etwas ändern, aber gerade im PTR, habe ich auch schon viele Stimmen im Chat gehört, dass sich zwischen Qual 4, 3, 2 und 1 dann nicht sonderlich, zumindest mal gefühlsmäßig viel ändert. Ich habe auf Qual 3 ungefähr 200 Endbosse gemacht, Varshan, Gregor, Durel und so weiter und habe insgesamt eine Chance von 6% gehabt, ein Greater Affix zu bekommen bei einem Bosskill. Und das ist sogar fast schlechter als die Chance, ein Uber-Unix zu bekommen. Klingt fast wie ein Witz, aber ich habe fast mehr Uber-Unix bekommen als Items, Unix mit einem Greater Affix. Auch in der Höllenflut, der Kelch, der ja in der letzten Season dafür gesorgt hat, wo wir überhaupt alle gecampt haben und wo man die ganze Zeit diese Blutium vorbesiegt hat, um Loot zu bekommen, ist auch sehr, sehr schlecht geworden, weil es eben keine Greater Affix mehr gibt und alle anderen Items sehr, sehr schlecht sind. Also muss man dahin gehen, wo es die meisten Greater Affix gibt und das ist aktuell entweder Endbosse oder wahrscheinlich sogar hohe Gruben zu laufen, weil da die Chance nochmal erhöht wird. Ich hoffe, das ganze System wird vielleicht zum Release von Season 6 nochmal ein wenig überarbeitet, dass entweder normale Items einfach zwölfmal vollendet werden können, zweimal gehärtet werden können und auch die 800 Gegenstandsmacht haben. Und Greater Affix, so wie es früher auch, war einfach ein Bonus war. So wie es jetzt ist, dass man darauf geforced wird, immer ein Greater Affix zu haben, beziehungsweise ein vermachtes Item in jedem Slot, finde ich etwas doof, weil, wie gesagt, ich hatte in den letzten Seasons oftmal, erinnert euch zurück, Golem-Beherrschung, Herzsucher, Heap, diese ganzen Level-Items, auch ohne Greater Affix, weil es gar nicht so einfach war, ein Item zu finden, wo diese Ränge drauf waren mit Greater Affix, hat man dann durchaus oft auch einer dieser Items genommen, wo kein Greater Affix drauf war, aber die Ränge zu der jeweiligen Fertigkeit, finde ich sehr schade und ich hoffe, das wird noch angepasst. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, wie findet ihr das, findet ihr das System vielleicht sogar gut, dass man jetzt darauf, ja, geforced ist, immer Greater Affix zu haben. Dürft natürlich für ihn nicht vergessen, dasselbe System gilt natürlich auch für Weltstufe 4, beziehungsweise Räumütig und Qual 1, 2, 3, 4, nicht jeder fängt bei Qualstufe 4 an. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.